Razers erstes Smartphone heißt schlicht Razer Phone. Das Gerät kommt mit Android als Betriebssystem und soll sich explizit für Mobile Gaming eignen. Dafür hat Razer dem Gerät einen 120Hz Bildschirm eingebaut, der dank Q-Sync die Bildschirmfrequenz kontinuierlich an die Taktrate des Prozessors anpasst. Dadurch ist die Darstellung sehr flüssig, was nicht nur bei Spielen auffällt, sondern auch beim Scrollen in den Menüs. Im Inneren des Razer Phone arbeitet Qualcomm's Snapdragon 835, der auch während längerer Spiele-Sessions nicht zu warm werden soll. Auf der Rückseite hat der Hersteller eine Dualkamera eingebaut, die zwei Brennweiten bietet. Ausgeliefert wird das Razer Phone mit Android 7.1.1 und dem Nova Launcher als Benutzeroberfläche. Auf einen eigenen App-Store verzichtet Razer. Das Razer Phone macht im ersten Kurztest einen guten Eindruck. Um den Vorteil des 120Hz Displays nutzen zu können, hat Razer erste Kooperationen mit Spieleherstellern geschlossen. Das Razer Phone soll ab Mitte November 2017 in Deutschland für 750 Euro erhältlich sein.